Corona Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt. Wir sind Freunde. Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und leeren sie gehen. Die Zeit kehrt zurück in die Schale. Im Spiegel ist Sonntag. Im Traum wird geschlafen. Der Mund redet wach. Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten. Wir sehen uns an. Wir sagen uns Dunkles. Wir lieben einander wie Mond und Gedächtnis. Wir schlafen wie Wein in den Muscheln. Wie das Meer im Blutstrahl des Mondes. Wir stehen umschlungen im Fenster. Sie sehen uns zu von der Straße. Es ist Zeit, daß man weiß. Es ist Zeit, daß der Stein sich zu blühen bequemt. Daß der Unrast ein Herz schlägt. Es ist Zeit, daß es Zeit wird. Wird dieses Gedicht das Schicksal mit der mexikanischen Biermarke gleichen Titels teilen? Wird man es nie mehr lesen, wie es gelesen sein will, sondern immer nur an die Pandemie denken? Man hätte sich von Anfang an auf die Bezeichnung Covid-19 einigen sollen. Dann wäre die Biermarke nicht in den Abgrund gestürzt. Corona heißt Krone. Da aber in diesem Gedicht noch viel von Zeit die Rede sein wird, muß man einen Hinweis in der kommentierten Ausgabe sehr ernst nehmen. In Italien sagt man nicht Fermate für den entsprechenden musikalischen Fachbegriff, sondern Corona, also Krone, die man einer Note aufsetzt und die man deswegen länger halten darf, als ihr Notenwert es eigentlich erlaubt. Wir dürfen bei diesem Gedicht also an ein Innehalten denken, an einen Moment, in dem die Zeit stehen bleibt. Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt, wir sind Freunde. Die Hand gehört dem Sprecher, aber das Blatt gehört dem Herbst, und deswegen hat der Herbst auch das Recht auf dieses Blatt und darauf, es nach und nach verschwinden zu lassen. So lässt sich der erste Vers als Bild für die Vergänglichkeit deuten, das Blatt demnach als Lebensspanne und der Herbst als die vernichtende Zeit. Und doch füttert der Sprecher hier die Zeit, wie man ein Tier füttert. Es frisst ihm aus der Hand, wie die Redensart sagt. Der Sprecher sieht offenbar sogar etwas Tröstliches darin, daß die Zeit alles zum Vergehen bringen wird. Es liegt keine Ironie, kein Sarkasmus in der Bemerkung, wir sind Freunde. Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und leeren sie gehen, die Zeit kehrt zurück in die Schale. Hier wird die Zeit zu dem, was uns bemessen wird. Für jeden Einzelnen beginnt dessen eigene Zeit, und mit jedem Einzelnen vergeht sie auch, kehrt gewissermaßen dahin zurück, wo sie hergekommen ist, gewissermaßen in die Nichtzeit, die da ist, wo wir nicht sind. Im Spiegel ist Sonntag. Offenbar erlebt der Sprecher einen Moment von schöner Illusion. Im Spiegel ist Sonntag. Aber nicht davor, wo derjenige steht, der in den Spiegel schaut. Im Traum wird geschlafen. Und nicht etwa im Schlaf geträumt. Nur im Traum gibt es also diesen Frieden, den der Schlaf mit sich bringt. Der Mund redet wahr. Diese Aussage wird in einen solchen Zusammenhang gebracht, daß man meint, es gäbe kein größeres Wunder als ein Mund, der wahr redet. Wahrheit und Lüge sind aber nicht Thema des Gedichtes. Das, was der Mund sonst redet, sind also wohl nicht Lügen, sondern eher Unwahrheiten in dem Sinne von Belanglosigkeiten, Nichtigkeiten. Der Mund redet wahr, weil in diesem Moment das wenige Gesagte von wahrer Bedeutung ist. Mein Auge steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten. Was als Umschreibung für einen Blick auf das Geschlecht gelesen werden kann, erhält durch den Doppelpunkt eine gewisse Mehrdeutigkeit. Wir sehen uns an. Das Auge und das Geschlecht oder die dazugehörigen Personen, natürlich vor allem die Personen, die aber nun sich ganz im Geschlechtlichen verlieren. Wir sagen uns Dunkles. Nein, das ist kein Dirty Talk. Es ist ein wortloses Reden in der sehr ursprünglichen Sprache der Körper, die es seit der dunklen Urzeit allen Lebens gibt. Wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis. Wenn mit Mohn an den Schlafmohn gedacht wird, dann lieben sich das Gedächtnis und das entsprechende Rauschmittel, weil ihre Verbindung vergessen bedeutet. Wenigstens zeitweise. Das sind die größten Glücksgefühle, in denen sich das Bewusstsein vor lauter Intensität des Erlebten auflöst. Wir schlafen wie Wein in den Muscheln, wie das Meer im Blutstrahl des Mondes. Solche Verse, die den Leser endgültig abhängen, erinnern einen immer wieder daran, wie riskant es ist, Celan deuten zu wollen. Ihn nicht deuten zu wollen, ist aber auch keine Lösung. Umso magischer klingt Celan aber dort, wo er sich einem entzieht. Immerhin erinnert der Blutstrahl an Celans Abend der Worte, wo es über die Erinnerung heißt, Die Narbe der Zeit tut sich auf und setzt das Land unter Blut. Das schlafende Meer kann also ein Bild für einen Moment des Friedens sein, trotz der als Blutstrahl des Mondes gegenwärtige Erinnerung. Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu von der Straße. Ist das einer der wenigen Momente in den Gedichten Celans, in denen er einfach etwas erzählt? Das Liebespaar steht jetzt, offenbar unmittelbar nach dem Akt, ungeniert im Fenster von der Straße sicherlich mit einer gewissen Befremdung beobachtet. Aber diese Umarmung soll eine Botschaft sein. Es ist Zeit, daß man weiß. Was denn? Nichts Bestimmtes. Es ist eher gefühlte Erkenntnis, für die sich keine Worte finden lässt, aber umso mehr als Moment von Sinnerlebnis glücklich macht. Es ist Zeit, daß der Stein sich zu blühen bequemt. Ist das Feststellung oder Aufforderung? Darin drückt sich die Ambivalenz des ganzen Zustandes aus. Das Glück triumphiert über das Tote, Kalte, das Nichtglück. Aber der Triumph gründet sich auf einer Illusion. Und andererseits schmälert das Bewusstsein, daß man nur in einer Art Illusion glücklich ist, nicht das Glückserleben als solches. Daß der Unrast ein Herz schlägt. In Unrast sind wir durchs Leben Getriebene. Für den entwurzelten Juden Celan ist die Unrast ein besonderes Lebensgefühl, eine Folge des Vertriebenseins der Unbehaustheit dessen, der seine Heimat verlor. Es ist Zeit, daß es Zeit wird. Ein Paradox, über das man nicht länger nachdenken kann, ohne daß einem schwindelig wird. Vor allem wird damit das Geschehen wieder in die Unwirklichkeit gerückt. Die Aufforderung bekommt sozusagen eine Aufforderung zur Aufforderung vorangestellt. Es wird damit immer deutlicher, wie sehr das Glückserlebnis eben nur ein ganz individuelles ist und keinerlei Beziehung zu den Menschen auf der Straße hat, die die beiden im Fenster stehen sehen. Entsprechend vieldeutig ist der letzte Vers. Es ist Zeit. Ist das eine Wiederholung der Aufforderung? Ist das eine Feststellung, daß es dazu kommt, was immer es auch sei? Ist es letztlich auch ein Sich-Fügen in die Vergänglichkeit auch dieses Glücksgefühls? Selbstverständlich von allem etwas. Ich denke, daß es ein bisschen in der Frage stellen, was gut ist etwas sinnvoll ist, als auch das Angelegenheit in der Stadt. Es hat sich in der Wahl geheime Hicke aneráostor. Es gibt auch schon fünf Jahre aus den Strings-Aufberg. Es wird eine geschehen, als auch das Gründerinnen und Erkenntnisse geben. Es geht weiter. Es wird jetzt frei, dass du G-Fliggefühl der Durchbruch gemacht hast, oder? Eher will es deshalb nicht mehr, wenn du G-Flig gefühlt hast, ist es ein bisschen weniger. Es 그걸 wählen, aber wenn du das pouvoir tun der G-Flig gef ignorant hast. Es geht um calls das G-Fliggefühl ist, dure G-Fliggefühl hat oder nicht mehr, es ist es zu zweist. Vielen Dank. Vielen Dank.